China Petroleum & Chemical oder Sinopec, der Öl- und Gasriese mit dem größten Tankstellennetz in Hongkong, möchte die Entwicklung des lokalen grünen Wasserstofftransports vorantreiben und benötigt dafür die neuen Regierungsrichtlinien. Das Unternehmen sieht in der Stadt erhebliche Chancen, die Präsenz und Nutzung des emissionsfreien Kraftstoffs zu steigern. Sinopec ist der Ansicht, dass die Fortschritte beim Transport von grünem Wasserstoff in Hongkong der Regierung helfen werden, ihre Ziele für die Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050 zu erreichen. Die lokale Hongkong-Einheit des Unternehmens betreibt 54 der 179 Tankstellen in der Stadt. Es hat die Regierung dazu gedrängt, schneller bei der Politikgestaltung zu handeln, damit Sinopec früher Wasserstoffkraftstoff um die Stadt bringen kann. Orte wie Südkorea, Japan, Festland China, Europa und die Vereinigten Staaten haben bereits mit der Einführung von wasserstoffbetriebenen Schwer- und Langstreckenfahrzeugen begonnen, um Benzin- und Dieselfahrzeuge für einige Jahre zu ersetzen, sagte Sinopec-Geschäftsführer der Hongkong- und das Tankstellengeschäft in Singapur, Anthony Kuhn. Die Entwicklung in Hongkong war etwas langsam, insbesondere bei Nutzfahrzeugen, die Entwicklung der Lieferkette braucht Zeit. Es gab positive Rückmeldungen der Regierung zur Entwicklung des grünen Wasserstofftransports. Laut PUN haben die verschiedenen Regierungsabteilungen, mit denen Sinopec Gespräche geführt hat, positive Rückmeldungen zum Fortschritt der Politik gegeben. In Hongkong gibt es etwa ein Viertel der Nutzfahrzeuge als Privatfahrzeuge. Laut PUN sind die CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen jedoch zwei, sieben, mal höher als die von Privatfahrzeugen. PUN sprach nach der HK-Glücksziehungszeremonie in Sinopec, bei der Covid-19-Impfungen durch Preise gefördert wurden, die an 230 Gewinner verliehen wurden. Die Preise waren insgesamt 220.000 US-Dollar wert. Das Unternehmen hofft, dass die Regierung die Maßnahmen, die sie ergreift, zügiger vornimmt, um den grünen Wasserstofftransport in Hongkong auf sinnvolle Weise zu ermöglichen. Dies würde mit den Absichten der Hongkonger Regierung übereinstimmen, eine saubere H2-Taskforce einzurichten, um Möglichkeiten einer tieferen Dekarbonisierung zu erkunden, so eine Erklärung von Umweltminister Won Kamsing vom Mai 2021. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfewnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book. Melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.